Wir bei der Firma Feuerstein sind Spezialisten, wenn es im Bereich Sicherheit geht. Der Kunde will sich sicher fühlen daheim. Er will sichere Fenster und sichere Türen. Nicht nur bei der neuen Türe können wir die höchsten Sicherheitsanforderungen einbauen, sondern auch bei eurer bestehenden alten Türe. Wir bauen das Türblatt aus, nennt die Hustür mit zu unserer Produktion, tun anschließend die Mehrfachverriegerung ausfräsen und bringen euch spätestens nach ein paar Stunden die neue Türe wieder zurück. Wir zeigen daheim ein mechanisches Zutrittssystem mit unserem Janus 46 Schlüssel mit einer Sicherheitsrosette, die von außen nicht mehr abschraubbar ist. Unsere Fenster, die wir daheim in Nütze das produzieren, haben alle Zimmer Sicherheitsbeschläge. Die Sicherheitsbeschläge mit dem sogenannten IS bzw. Pilzzapfenverriegelung, was wir daheim sehen, verschlüssen durch das Verriegeln vom Fenstergriff mit dem Stockrahmen, mit dem Fensterrahmen. Ich zeige euch daheim ganz kurz, wie das funktioniert. Das Fenster mit den Pilzzapfen geht daheim zu, in den Stockrahmen hinein. Die Verschlussteile können nicht mehr ausgehebelt werden. Das bedeutet, der Einbrecher hat keine Chance mehr, das Fenster zu aushebeln und der Einbrecher bleibt vor allem Dusser.